hi leute herzlich willkommen zur nächsten folge zu meinem let's play vom spiel ground control 2 operation exodus in der letzten mission das war diese harter handel war der titel haben wir alle alle landezonen eingenommen und dadurch die mission gewonnen bzw beendet und jetzt kommt die mission schneewehe da heißt der genet nachrichtendienst hat ein notsignal des imperiums am nördlichen ütland vom morningstar aufgefangen nehmen sie ihre schnee ausrüstung mit und untersuchen sie die sache ok das werden wir einfach mal machen würde ich sagen der nsa nachrichtendienst hat ein notsignal des imperiums aufgefangen wir wissen dass es von einem konvoi stammt der in der nähe ihres augenblicklichen standort stecken geblieben ist es war ein signal der höchsten dringlichkeitsstufe und deshalb glauben wir dass es sich um wertvolle ladung handelt ihre aufgabe besteht darin die lieferung unter allen umständen zu bergen aufgrund der wetterbedingungen müssen sie den landweg nehmen wenn es so wichtige waren sind wimmelt hier bald vor terranern und da draußen tobt ein ausgewachsener schneesturm der uns behindern wird lieutenant lacroix wurde bereits angewiesen eine landezone zu sichern sie müssen mit einer terranischen bergungseinheit rechnen die aus dem lorental im norden anrückt dort wäre auch ein guter platz um sie in einen hinterhalt zu locken die terranische bergungseinheit ist jetzt weniger als drei minuten vom nördlichen zugang ins tal entfernt lassen sich nicht zu dass sie den konvoi erreicht die kann ich auch irgendwo reinschicken ich hab sie im griff passt alle rein jawohl geht schneller bestellt sich sehr schnell daher das erledige ich sehr los gibt's gas da auf dem schlachtfeld sieht man die anderen verbündeten einheit überlassen sie das mir ok was werde ich brauchen panzer auf jeden fall kapitän die terranische bergungseinheit ist jetzt im tal ok wo ist sie wir haben eine siegposition erobert wo sind die gegner kommen die von hier oder landeschäft können nicht einsetzen ok gegner in reichweite ah da wir werden beschossen in deckung oh shit weg 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 die haben auch eine tallerie woah shit das erledige ich, sir ich bin richtig heiß ich hab auch eine tallerie mensch, ich hab's gar nicht gemerkt äh feind anheit zerstört setzt die hölle frei befehle bestätigt feind anheit zerstört nee gegner in reichweite doch da oben sind auch noch welche kinderspiel boah ich hab fast keine hat mehr übrig wie komm ich da rauf, hier entlang boah boah die panzen sind fast kaputt shit falsche taktik gegner in reichweite das erledige ich, sir was sind kaputt feuer konzentrieren lieutenant, wie sieht's mit der LZ aus können wir schon landeschiffe runterbringen sollte kein problem sein, sir solange das Wetter nicht noch schlechter wird ok, alle zurückziehen jetzt kann ich ihr Landeschiffe schicken ähm paar von denen noch einen von der Sorte ok, die machen sich langsam auf dem Weg wie's ausschaut ein Ticket direkt in die Hölle von ihr könnts dort einsteigen jawohl, geht schneller überlassen sie das mir hey, wo fahren die hin? neid lang boah, die brennen schon Lichter los Captain, meine Aufklärer haben einen terranischen Angriffsverband ausgemacht der sich von Osten nähert ich kann die LZ halten wenn sie sich um den Ort was abgeladen alles klar lieutenant, halten sie mich auf dem Laufenden ok, ich geh wieder ins Bett von da oben kommen die Freunde ok, jetzt hab ich ein paar Einheiten bekommen sehr schön paar Schaufschützen haben hier drin das schaut schon viel besser aus bestellt sich, Sir überlassen sie das mir Landeschiff in Basis jawohl, Sir das Fahrzeug lass ich mal hier ähm Schaufschützen betrachten sie es als erledigt die Schaufschützen, wo schicke ich die hin? dass sie gute Position haben zum Schießen dass sie das bisschen verteidigen können ähm genau mein Gedanke daraus wird wohl nichts ich hab's im Krampf egal, lass ich sie einfach hier die können hier die Position verteidigen genau mein Gedanke die lass ich auch her das ist mir zu langsam ich brauch noch ein paar Fahrzeuge was hab ich im Kopf für Einheiten jetzt zusammengekratzt Panzer, ok Panzer werde ich auf jeden Fall brauchen LZ-Vektor berechnen LZ-Vektor berechnen LZ-Vektor berechnen LZ-Vektor sind unterwegs Schlechte Nachrichten Feind in Sicht Schlechte Nachrichten Feind in Sicht sogar zweimal, oder? hier 2 sehr schön Verstärkung abgeladen die haben auch Panzer ok dann könnten sie das vielleicht doch schaffen Verstanden wir geben uns zur Basis zurück Verstanden ok das ist mein Squad würde ich sagen Squad 1 Überlassen Sie das mir Schaffen die das? oder soll ich helfen? Hilfe Sir Überlassen Sie das mir Ne ich lass sie mal Das erledige ich Sir ich muss sagen gehe ich mal wo muss ich hin? da rauf muss ich oder kann ich auch hier entlang fahren? ja würde auch gehen egal hier mit den Weg Scharfschütze ja passt Jawohl Sir Feind im Visier ok hoppala nehmen wir alle mit Verstetigt Sir ok hier ist nichts los wasch langweilig euch schicken wir vielleicht mal da her Bin dabei Bin dabei Bin dabei mein Squad 1 Überlassen Sie das mir Feind im Visier Ob die Einheiten reichen ist auch die andere Frage Irgendwas hier los Ui Feind im Visier Uiuiuiui Gefährlich vielleicht ein paar Terratöns 2 Feuer konzentrieren den kann man streichen den kann man streichen den kann man streichen Koordinaten eingestellt wir sind in der Schlange wir fahrt es mal da vorher mal schauen was da kommt holt mich hier raus holt mich hier raus wie soll man hinterher Feind im Visier Feind im Visier In Deckung Ok die waren gegriffen egal kommen wir schon hin schon jetzt ein Panzer geputzt Wir werden beschossen Sir wir werden beschossen Sir wir werden beschossen Sir wir haben einen Jawoll Sir klar ist klar Das Schutzschild bringt ja was die schießen von der vorne Feindlicher Angriff Alle reparieren Sie sind überall Überlassen Sie das mir Überlassen Sie das mir Wir sind in Gefahr Feuer konzentrieren Was sagen wir Vorrücken Überlassen Sie das mir Können sie mich nicht treffen wenn ich unterwegs bin einfach da vorne alles zu stören was her geht Wir werden beschaffen Veganischer Konvoi in Sicht wird von Legionären bewacht Sollte kein Problem sein Es sei denn Es wäre der Kräte für einen Hinterhalt Wir werden beschossen Oh gefährlich Hörst mich hier raus Überlassen Sie das mir Überlassen Sie das mir Wieder zurückziehen Man feuert auf uns Man feuert auf uns Man feuert auf uns Das ist ein eindeutlicher Überzahl Feindlicher Angriff Ok 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 Das muss ich anders planen Jawoll Sir Glas klar Wir sitzen fest Immer schön cool bleiben Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Boah Noch ein paar von denen Zwei mindestens Boah Die können sogar meine Heli Dienstag öffern Zurückziehen Eliminierung erfolgreich Ah nein Schade Mach sie hin Den Komm in einen anderen Einhütten Boah Zahlt kaputt Verstanden, laut und deutlich Verstanden, wir geben uns zur Basis zurück Verstanden, Sir Mach sie hin Verstanden, laut und deutlich Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Viel hilft viel, heißt es ja Genau, hier bleibt es mir da, erst einmal Kann ich es nicht selbst hervorheben, wenn ich es so mache? Tatsächlich Oh, Artillerie Irgendwo ist Artillerie unterwegs Von wo schießen die? Von da vorne? Verstanden, laut und deutlich Was schießt's? Masse kaputte Wichser Ziel weiter fixieren Verstanden, Sir Okay, muss ich gleich meine Taktik muss hier ändern Glas klar So macht man das Sehr schön Bis wieder da her Hei hei, geht viel zu tun Ähm, zur Verteidigung bei noch eins, zwei Fortäne Gegner fixiert Mal eine von der Sorte Genermassen kaputts Wenn ich genügend Einheiten habe Dann Muss ich schauen, wie ich es mache Vielleicht glaube ich das erste Mal die gegnerische Landenzone einnehmen So macht man das Dass sie keine Verstärkung mehr bekommen Was kaputts Sehr schön Sind auch noch ein paar Netten unterwegs Ich habe einen entdeckt Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Okay, das Abwehrfeuer können wir leichter halten Ich habe einen entdeckt Verstanden Dann bis später Zerstören Was für ein Schuss Okay, zurückziehen Ich habe einen entdeckt Jawohl, Sir Glas klar Scheiß mit euch aus Oh, auch schon kaputt Okay, okay Ich habe neue Ziele Landesschiff in Basis Jawohl Sehr schön Du hast mir repariert Wir sind überall Klatschen Ich habe neue Ziele Landesschiff in Basis Auf jeden Fall mal noch ein Techniker Man feuert auf uns Noch eine Elite Wir werden beschossen Ich habe einen entdeckt Ich würde sagen, in der Luft habe ich den Ort Vollkörper bestätigt Ich bin leicht im Vorteil Was hat André gemeint? Er kann die Landezone halten Ja, klar Mit ein paar Fußsoldaten, was er hat Ich komme mit Landesschiffen schon wieder unterwegs Immer fleißig Diesmal, diesmal lasse ich es da Fracht wird entladen Sollen wir hier rüberfliegen und schauen was hier los ist Landesschiff meldet sich zur Stelle Ja, flieg halt hier Betrachten Sie es als erledigt Dankeschön Schlechte Nachrichten Feind in Sicht Okay, ein paar Fotine Wir liegen unter Abwehrfeuer Betrachten Sie es als erledigt Oh, hier ist auch was los Roger Wilco Ziel ausgeschaltet Betrachten Sie es als erledigt Ziel ausgeschaltet Betrachten Sie es als erledigt Jawoll Ganz schön stark Okay, da kommen schon wieder Gegner Ähm Ja, Sir Ja, Sir Ja, Sir Ja, Sir Wie sollen sich gegenseitig reparieren, die Techniker? Oh Uiuiui Fast kaputz Bestätigt, Sir Bestätigt Okay, jetzt haben wir vier von denen Neue Ziele Landesschiff in Basis Sehr schön Man feuert auf uns So, macht man dann Nochmal drei dazu Verstanden, Sir Koordinaten eingestellt Wir sind in der Schlange So, wo sind die Gegner? Da sind sie Verstanden, Sir Verstanden, Sir Können Sie die schießen? Guter Schuss Ne, die nicht, aber die glaube ich Guter Schuss Guter Schuss Guter Schuss Guter Schuss Gegner fixiert Ha, mein Landesschiff Was für ein Schuss Was für ein Schuss Verstanden, Sir Fracht wird entladen Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Liegen unter schwerem Abwehrfeuer So, ihr kommt auch noch dazu Verstanden, Sir Guter Schuss Na, geht das nicht schneller? Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Igna fixiert Verstanden, wir sind in der Schlange Ne, 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 nicht da her Ne, 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 ne Nicht mit mir Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Lade ihn kaputt machen Oh, du fliegst da zurück Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Ich habe einen entdeckt Was für ein Schuss Verstanden, laut und deutlich Verstanden, laut und deutlich Er folgt zehnmal Verstanden, laut und deutlich Ich habe einen entdeckt Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Jawohl, sehr schön Verstanden, laut und deutlich Laut und deutlich Das heißt, ich kann wieder ein paar Einheiten bestellen Die Parten sind gar nicht so gut, wie ich gedacht hab Ein paar von denen wären nicht schlecht Noch einen, komm Also warten bis oben Ah, jetzt haben wir die richtige Zahl, 600, genau, Einsetzer Oh Koordinaten eingestellt, wir sind in der Schlange Okay Gegen die Fußsoldaten hab ich jetzt gerade keine Chance mit ausschaut Okay, da hab ich genau die falschen Einheiten, shit Ich hab heute, ja, Panzer Ja, muss lange schon mal kurz dableiben, hilft nix Paket abgeliefert Paket abgeliefert Einmal da, ja bitte Kann das Landeschef die Fußsoldaten abschießen? Jawohl, geht doch Wir liegen unter Abwehrfeuer Von der hin Mit zwei Einheiten traut er sich davor, okay Auch nicht schlecht Ah, ich brauch die Scharfschütze Schlechte Nachrichten, Feind in Sicht Was hab ich jetzt hier alles? Ah, die nehmen wir auch noch ein paar Ich bin dabei Okay Okay, ich geh wieder ins Bett Oh, ich stell hier oben ein paar Scharfschütze Ah, das wäre die Ich seh den Feind Ich seh den Feind, ja, überall sind Feinde Bin dabei Ich sag, oh, ich stell ihn mal oben hin So, jetzt brauche ich unbedingt Scharfschütze Die kann ich mir auch leisten, würde ich sagen Scharfschütze Scharfschütze Ah, zwei Super Ne Doch, sind zwei Die kosten ganz schön viel 255 Okay, halt ich drei, wenn ich jetzt noch ein bestell Kurz warten Jawohl, es hab ich drei, sehr schön Kinderspiel Oder geht's da, ja Kinderspiel Bin dabei Die Feinde werden hier angreifen, oder? Oh, der eine, der Wollte ich gerade sagen Der wird nicht lange durchhalten, der eine Was heißt denn, die hat hinten rum Ja, muss man nicht verstehen Okay, jetzt kann ich meine Heli-Tins wieder einsetzen Verstanden, laut und deutlich Verstärkung abgeladen Da hat er Läufer Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Liegen unter schwerem Abwehrfeuer Machst ihn fertig Ich sehe den Feind Da ist noch einer Ja, ist klar Du ziehst ihn mal zurück Verstanden, Sir Verstanden, Sir Was für ein Schuss Halt, alle zurückziehen Weit entdeckt Glas klar Verstanden, Sir Ich bin richtig heiß Schaffstetzer Ziel weiter fixieren Landesschiff in Basis Okay, es kommen die Gegner von hier, oder? Ne, auch nicht Weit entdeckt Okay, die sind alle kaputt, bis es ausschaut Verstanden Laut und deutlich Gleich musst du halt die Scharfschützen Wo sind die? Sind hier Genau mein Gedanke Betrachten Sie es unterledigt Den einen schicken wir mal Wo schicken wir ihn hin? Kann ich ihn da raufschicken? Daraus wird wohl nichts Naja, das wusste ich schon Dass daraus nichts wird Betrachten Sie es unterledigt Wo schicken wir alle drei daher? Betrachten Sie es unterledigt Halt Ich hab's im Griff So geht's Euch lassen wir mal hier in der Einfahrt stehen Ich bin dabei Bei ein paar von Von denen Kann ich zwei bauen Okay Atelier wäre jetzt glaube ich auch nicht schlecht Wir sind in der Schlange Okay, die haben sich da einen guten Überblick Genau mein Gedanke Jawohl Schießt's halt Feind im Visier Die zwei sehen den nicht Betrachten Sie es unterledigt Jetzt aber Sehr schön Feind im Visier Eliminierung erfolgreich Haha Sehr schön Das gefällt mir Drei Schaufschutze Verfolger neues Ziel Fracht wird entladen Okay, das wird so Läufe Verstanden Begeben uns zur Babel zurück Noch mehr Gegner Den kann man streichen Warum wird der nicht repariert? Äh, schicken wir einfach alle daher Verstanden Laut und deutlich Den kann man streichen Verstanden Laut und deutlich Verstanden Verstanden, Sir Eliminierung erfolgreich Kürz Alle zurückziehen Glas klar Wow, heftig Schaufschutze, macht sie fertig Die machen meine Heli-Dienst gut Jetzt habe ich zwei von denen Kürz Mach ich, Sir Das schaffe ich, Sir Das schaffe ich, Sir Jetzt stellen wir uns die Schaufschutze noch zu Zwei Da ist einer, da ist einer, ok, passt Gegner außer Gefecht Gegner außer Gefecht, das freut mich Außer, hier verworfen Rauchvorhang Luftangriff, ah nee Brauchen wir nicht Sind jetzt alle repariert? Nee, immer noch nicht, das gibt's noch nicht, oder? Ja, ist klar Wenn ich den nicht mehr repariert, oder wie? Verstanden, das ist ein Reparaturfahrzeug Oder wenn ich den so umschalte Ah, jetzt wird er repariert, ok, sehr gut Und der da Noch mehr Gegner, verstanden, Sir Ok, Artillerie, Artillerie Oh, die kostet 1200, ok, können wir gleich leisten Komm, gib Gas Das wäre von dem Gegner noch überrollt Halt den Weg hier 1200, passt, nimmer Ok, wie schaut's bei euch aus, sehr gut Und jetzt hierher Über die Berge Verstanden, laut und deutlich Über die Berge Verfolge neun Gegner Verfolge neun Gegner Aber erst hier da Wir liegen unter Abwehrfeuer So macht man das Genau, so macht man das Noch mehr Gegner Verstanden, Sir Ist hin da So macht man das Genau, und jetzt hier da Verstanden, Sir Feindlicher Angriff Habe ich Artillerie? Oh, die Feinde kommen von hier So macht man das So macht man das Glas klar Ok, ähm Euer Schiff kommt wieder nach Hause Verstanden, laut und deutlich So, wo ist meine Artillerie? Huch, noch gar nicht dauert, oder wie? Da ist meine Artillerie Da ist meine Artillerie, sehr schön Tun wir ein bisschen außerhalb hinstellen Vielleicht da hier Die braucht es ne Weile bis sie durchgefahren ist Bisschen langsam Guten Appetit, Dumpfbacke Letzter hierher schießen, bitte Ja, da steht es ein bisschen falsch, würde ich sagen So rum hinstellen Oh, stelle ich gleich da vorne hin Oh, stelle ich gleich da vorne hin Oh, stelle ich gleich da vorne hin Befehle bestätigt Genau Ich würde sagen, dich tun wir auf die Neuen Dann wollen wir bloß die Neuen antippen und dann können wir ein Speerfeuer richten Halt, Neuen, kommst du da her? Befehle bestätigt Das wär's, oder? Hasta la vista Ja Ja, das ist mal ein Bild, ne? Sehr schön Achtung, Feinde Okay, die Kräften Die hören Versuchen es zumindest Wenn du da bist Okay, zurückzillen Oh, der da ist vor Sinn Und die Einheit noch ein bisschen verteilen Das ist klar Bestätigt Na, warum schießt er nicht? Setz die Hölle frei! Jawoll, jetzt schießt er wieder Sehr schön Neuer Feind entdecken! Waaah Wir sind in Gefahr! Wir sind in Gefahr! Nicht kann man streichen Okay Warum ist einer immer noch nicht repariert? Glas klar! Jetzt! Okay, der Gegner hat auch Äh, nicht der Gegner Der Verbündete Das hat auch vor Einheiten Vielleicht noch eine Artillerie wäre dann schlecht Und nochmal einen Schaffschützen-Trupp Kosten 255 Egal Jetzt sagen wir Dann tun wir hier einen weg Koordinaten eingestellt Wir sind in der Schlange Tun wir hier rüber Den stellen wir dann irgendwo hier in dem Bereich an Hier ist schon besser Läufer unterwegs Setz die Hölle frei! Kommst du so weit? Wie kann der schießen? Die Artillerie Boah, so weit sogar! Krass! Okay Okay Jetzt habe ich eine zweite Artillerie Und Wo ist meine Artillerie? Da ist sie Dann stellen wir Parallele zu hin Befehl wird ausgeführt! Genau Gleich im Modus Halt, da bleiben Auch ähm Squad 9 Mal Sperrfeuer bitte Landesschiff in Basis Boah, geil! Ich erfülle ein neues Ziel! Eliminierung erfolgreich! Das wird wehtun! Das wird wehtun! Ja, das glaube ich auf jeden Fall! Wir haben die fetteste Kanone! Ja, das hoffe ich doch! Genau mein Gedanke! Okay, Feuer wieder einstellen! Passt! Dankeschön! Genau mein Gedanke! Schaufschätzenteam stellen wir teuer! Betrachten Sie das Atelier nicht! Ich gehe mal ein bisschen weiter vor! Kinderspiel! Kinderspiel! Könnt ihr... Ah, ist er schon weg! Schade! Noch mehr Gegner! Wo denn? Hier! Befehle bestätigt! Befehle bestätigt! Ah, die treffen wahrscheinlich nicht, weil die Fahrzeuge sich ja bewegen, ja! Feind im Visier! Ah, schon wieder außer Sichtweite! Schade! Ah, wir Schaufschützen, sehens! Da einmal läuft! Ihr seid jetzt alle repariert, sehr schön! Oh, hier sind ein paar Einheiten! Verstanden, Sir! Los, alle daher! Können wir gleich besuchen! Los hinterher! Verstanden! Laut und deutlich! Kaputt machen! Zerstören! Liegen unter schwerem Abwehrfeuer! Verstanden, Sir! Glas klar! Liegen unter schwerem Abwehrfeuer! Guter Schutz! Die kennen sich gar nicht mehr aus, die Gegner! Liegen unter schwerem Abwehrfeuer! Sehr schön! Ihr bleibt zu mir hier stehen! Verfolge 9, Gegner! Neuer Gegner, sehr schön! Verstanden! Laut und deutlich! Liegen unter schwerem Abwehrfeuer! Liegen unter schwerem Abwehrfeuer! Liegen unter schwerem Abwehrfeuer! Das hat ein bisschen Überlänge! Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge! Wenn es wieder heißt! Let's Play! Ground Control 2! Operation Exodus! Also macht's gut! Bis dann! Ciao!